Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. In den Tiefen von Paris-Wässern, nämlich der Seine, befinden wir uns heute und ich habe jemanden ganz Besonderes dabei, der, sagen wir mal, bei unter den Haien noch der Predator ist. Bei uns im Tele-Stammtisch zerfleischt er nacheinander einige Themen, denn heute sitze ich hier ganz alleine in dem Boot mit Johannes. Wie geht's dir? Hi, ich bin bis jetzt weder mit Haien getaucht, noch bin ich in Paris gewesen, also bin nicht glaube ich perfekt qualifiziert, um über diesen Film zu sprechen. Aber du hast gleich zum Anfang Hai gesagt, das fand ich schon mal richtig gut. Gut, ich glaube ungewollt, hoffe ich noch, aber den fand ich stark, den fand ich stark. Oh, so hätte ich anfangen müssen. Hai beim Tele-Stammtisch. Ja, um zu sagen, ja, ihr seid jetzt hier beim Tele-Stammtisch, wir machen für euch immer supergeile Podcasts über, um Filme und um allen drumherum und heute sprechen wir über den Haikracher auf Netflix im Wasser der Seine, der jetzt seit dem 5.6. dort zu schauen ist. Er dauert 101 Minuten, ist von Xavier Gons, den könnte man schon kennen, gerade durch den Film Hitman von 2007 oder ABC of Death, Frontiers oder Cold Skin und da haben wir uns gedacht, ja, da sollte man auch drüber mal sprechen, weil der Herr ja doch schon ein kleiner Name ist. Hat der dir vorher schon was gesagt, Xavier Gons? Ja, der hat mir schon was gesagt. Ich bin großer Horrorfilm-Fan. Ich habe auch eine Zeit lang, ist jetzt schon ein bisschen her, eigentlich gefühlt nur Horrorfilme geguckt. Und in den 2000ern gab es ja aus Frankreich diese Reihe, wo, ja, oder was heißt Reihe, eine Zeit lang, wo Filme kamen, die sich, was die Gewalt angeht, so ein bisschen übertroffen haben. Also High Tension von Alexandre Aja oder Martyrs kennen vielleicht einige und Frontiers oder Frontier war auch einer von denen und der war von Xavier Gons und deswegen hatte ich den auf dem Schirm. Und ich muss sagen, ich finde auch, wenn, glaube ich, es keine adäquate Videospielverfilmung ist, den Hitman-Film tatsächlich ganz gut. Und letztes Jahr hat Xavier Gons ja auch mit Verrang nochmal einen ordentlichen, auch vor allem richtig brutalen Actionfilm abgeliefert. Hast du mit ihm schon irgendwie Kontakt gehabt? Ja, mein Herz pocht gerade schneller. Johannes, wollen wir heiraten? Ja, auf jeden Fall, Horror ist auch komplett so mein Ding. Und natürlich auch High Tension und den ganzen Kram. Und da ist Xavier Gons natürlich ein Ding. Und auch Hitman, da hast du mir noch mehr in die Karten gespielt. Fand ich auch wirklich nicht so schlecht. Ich gucke den, also gerade, das ist ja der erste, den gucke ich wirklich gerne. Der ist entspannt. Und da kann man nicht verkehrt machen. Das ist halt seichte Unterhaltung. Es wird rumgeballert. Was wollen wir sagen? Nee, aber auch gerade beim Horror, da ging mir gerade mein Herz auf. Aber ja, dadurch kannte ich den eigentlich auch nur. Weil ich früher auch diese ganzen französischen Dinger mir reingeballert habe. Aber dann hieß es auch, ja, den musst du dann auch mal. Den, wie du schon sagst, Frontier oder Frontiers, musst du dir auch mal angucken. Ja, da fing es dann an. Dann habe ich mir den angeguckt. Dann habe ich mir Coldskin angeguckt. Und dann hatte ich, glaube ich, damals auch noch das ABC of Death geschaut. Aber auch alles relativ nah, nachdem alles so ein bisschen draußen war. Ja, müsste man mal wieder rewatchen auf jeden Fall. Sind ein paar schöne Sachen dabei von ihm? Auf jeden Fall. Ah, wir sind ja im High-Thema heute. Hast du denn zu Haien, außer dass du noch nicht mit Haien getaucht bist oder sonst wie, hast du so einen besonderen Lieblings-High-Film? Also natürlich müsste man jetzt wahrscheinlich eigentlich der weiße High sagen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal geguckt habe. Wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen. Und das ist ja also über ein Jahrzehnt garantiert her. Da habe ich nicht mehr so viel Erinnerung. Ich kann mich jetzt mal ein bisschen, weiß ich nicht, unbeliebt machen oder so ein bisschen vielleicht ein Guilty Pleasure nennen. Ich hatte die letzten Jahre tatsächlich sowohl mit The Mac 1 und The Mac 2 mit Jason Statham richtig viel Spaß. Die sind richtig doof und das sind natürlich auch keine Horrorfilme und sie sind auch leider zu unbrutal. Aber für so eine sinnlose, große Kloppe, muss ich sagen, funktioniert das für mich ganz gut. Ich fand sie nicht gut, aber ich fand es auch halt so unterhaltsam, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, der zweite ist doch dann auch, oder das ist der erste auf dieser Insel. Ist das der zweite? Nee, das ist der zweite, genau. So drüber, das hat schon wieder Spaß gemacht. Also gerade am Ende denkt man, okay, vielleicht ist es auch ein Superheldenfilm, wer weiß. Das hat schon Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, Joss habe ich, glaube ich, letztes Jahr nochmal geguckt. Funktioniert der noch? Also ich fand, den entferne ich richtig gut. Also der geht. Gerade wenn man sich so für Filme interessiert, dann hat man ja auch mal ein bisschen mehr Sitzfleisch. Das ist das Einzige, was ich glaube ich stören könnte, dass er dann doch ein bisschen eine Länge hat. Aber er geht noch gut. Und ich habe Joss 2 auf Spanisch geguckt letztes Jahr. Ja, es war auch ein Erlebnis. Das war lustig. War lustig. Kann man machen. Der war auch eigentlich sehr unterhaltsam. Aber eigentlich bin ich auch eher so, wie heißt es, Diplussiv fand ich immer noch sehr lustig. Und ich glaube, es gibt so viele Haifilme, das ist ja das Schlimme. Es gibt auch sehr viele schlechte. Und apropos schlechte Haifilme, wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Möchtest du uns mal zusammenfassen, um was denn bei unserem heutigen Film im Wasser der Sand geht? Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Okay, also der Film beginnt mit einem kurzen Prolog, wo eine Gruppe von, ich würde sagen, Naturschützern und Forschern im Meer schwimmen und dann von Haien angegriffen werden. Und dann springen wir drei Jahre in die Zukunft, beziehungsweise in die Gegenwart. Und wir befinden uns in Paris und dort ist dann plötzlich einer der Haie, die bei diesem Haiangriff vor drei Jahren gewesen sind, auf einmal in der Seine. Und dann versucht die einzig Überlebende dieses Vorfalls Sophia zusammen mit einigen anderen darauf aufmerksam zu machen, dass in der Seine ein Hai ist, weil in ein paar Tagen dort ein Triathlon stattfinden soll. Und das heißt ja auch, dass sehr, sehr viele Menschen in die Seine springen und ein bisschen da rumschwimmen. Ja, das ist der Film. Und also gerade, weil wir Ajax angesprochen haben, gerade ein bisschen. Also ich finde, der hat ganz starke, der weiße Haiwipes. Gerade es gibt eine Rolle von der Bürgermeisterin. Ich sage mal, die ist schon sehr hassenswert. Die ist richtig überzogen. Also der Film versucht immer wieder, auch mit mehreren Figuren so eine Umweltschutzthematik da reinzubringen. Macht das am Ende, würde ich sagen, auch nochmal relativ deutlich. Und da ist wirklich dann diese Politikerin, also diese Bürgermeisterin, die wirklich nur auf meine Stimmen, ich muss dieses Event machen und es geht um Geld und Investoren. Das ist schon sehr, sehr, ja, deutlich oder platt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich muss da auch wirklich während des Films, es gibt eine Szene kurz bevor der Triathlon halt beginnt. Und dann hält sich so eine Rede und ich muss da nochmal zurück. Und sie sagt dann wirklich, dass, ja, irgendwas mit Paris, alles schön, alles gut. Aber ich habe, nur durch mich, ich dachte, ist das jetzt hier scheißernst, da hat sie sich nochmal um fünf Level Unsupatsch da bei mir gemacht. Die ist so egoman, die ist so richtig eklig, die Frau. Aber dafür, das ist gut gespielt. Da muss ich wirklich sagen, das hat sie geschafft, so soll die Rolle, glaube ich, auch sein. Da hat der Film auch schon mal einen kleinen Pluspunkt bei mir geschafft. Das war nicht so verkehrt. Aber kommen wir mal zu den Hauptfiguren. Da haben wir nämlich die Sophia. Die hat natürlich ein relatives Schicksal, hat ihren Mann verloren und auch ein paar Kollegen gleich am Anfang im Prolog. Aber sie wird dann ja hingestellt, eigentlich als jemand, der viel Ahnung von den Haien hat. Weil mir, habe ich so gedacht. Ja, also erst mal, sie wird von Berenice Bejo gespielt. Die ist eine Oscar-nominierte Schauspielerin. Und ich finde, sie macht das sehr, sehr gut. Ich finde sie super sympathisch, super charismatisch. Aber diese Rolle macht eigentlich super wenig, außer gefühlt mit so einem großen iPad durch die Gegend laufen und den Haie verfolgen. Und hin und wieder mal ein paar Leute anschreien und versuchen zu wandeln. Das war es. Ja, es ist halt wirklich dieses typische, ich weiß, was los ist und ihr nicht. Hört mir zu. Und wir wissen, was im Film dann passiert. Niemand hört ihr zu. Natürlich nicht. Also bitte. Also ich fand, gespielt war das an sich auch gut. Aber die Rolle hatte halt wirklich nichts, wo man denkt, okay, da kann sie jetzt was rausholen. Es ist so 0815 durch. Zwischendurch hatte ich auch so leichte Vibes, gerade auch mit der Wasserpolizei. Wir könnten jetzt auch hier ein bisschen größer aufgewerteten Tathort an einem Fluss haben. Weil, sagen wir mal, man sieht am Anfang sehr schnell den Hai, was ich eigentlich immer sehr schade finde, dass es so schnell ging. Wird gleich am Anfang gleich reingeballert im Prolog. Dann lange sieht man nichts. Ich glaube auch aus Kostengründen, um ein bisschen was zu sparen. Und in der Zeit, wo sie nichts zeigen, denke ich mir auch immer so, okay, ihr zeigt aber jetzt auch nichts Interessantes für die Story. Also es kommen viele Sachen, die sie reinballern wollen, gerade mit der Umweltaktivistin, die ja wirklich sehr überzeugt ist. Aber sonst wird ja nicht viel daran gesetzt, dass du jetzt irgendwelche Schauwerte hast. Oder hast du das irgendwie anders noch gesehen? Gerade zum Anfangsteil ist das ja noch. Nee, überhaupt nicht. Das geht mir ganz genauso. Also der Film ist ja auch so kurios, weil der nimmt sich ja super ernst. Also das ist anders als vielleicht Piranha 3D, der einfach ein Trashfest ist und einfach völlig überzogen ist. Nimmt der hier seine Prämisse ernst und versucht dann, glaube ich, auch irgendwie den Charakteren halt, vor allem Sophia, so eine tragische Komponente mitzugeben. Aber das funktioniert halt nur bedingt. Und auch dieses Umweltschützerinnen-Pärchen, die fand ich beide so unsympathisch und klischeehaft. Und natürlich auch die eine ist Hackerin und dann sieht sie natürlich auch aus wie so eine Hackerin. Und der Kopp, den fand ich auch noch charismatisch. Der wird von Nassim Lies gespielt. Der spielte auch in Farang die Hauptrolle. Das ist halt einfach ein charismatischer, gutaussehender Mann, der halt auch so dazu passt, Kopp zu sein. Aber sonst, nee, auch wie du sagst, ich muss auch sagen, visuell ist es dich schön, dieser Fernsehvergleich, der passt schon ganz gut. Wo du hier Nassim Lieser ansprichst, den habe ich zum Beispiel auch, ich habe Farang immer noch nicht geschaut, den habe ich zuletzt gesehen, auch bei Netflix, beim Film, der hieß auf Deutsch Neureiche vom letzten Jahr. Da spielt er auch eher so, wie nenne ich es denn jetzt mal, der spielt einen jungen Mann, der eigentlich alles hat, eine coole Freundin, Geld, aber eigentlich immer mehr erzählt, als er selber auch ist. Also er lebt eigentlich davon, dass er fast alle nur anlügt und dann entblättert er sich immer mehr und dann ist er halt nicht so hübsch, weil er hat falsche Haare und so. Und du siehst aber zum Ende des Films hin, glaube ich, im Absprach noch Szenen von den Schauspielern, da habe ich mir gedacht, oh fuck, ist der hübsch. Und in dem Film haben sie den ja so schlimm zurecht gemacht, dass er da richtig scheiße aussah. Der Film ist auch nicht der Superreißer, aber ist ein ganz süßes, nettes Ding von Netflix halt, von der Stange produziert, aber kann man sich auch anschauen. Ja, aber wie du auch schon erwähnt hast, die beiden Umweltaktivistinnen. Ich, ich war ganz ehrlich, wir kommen da zu einer Szene, da werden Leute aufgerufen, also erst macht sie so einen relativen, sagen wir mal, Online-Aufruf, ne, über, mit ihrer Hackerin zusammen, dass wir doch jetzt alle gegen unsere Eltern, Großeltern, wir müssen jetzt die Sache zurecht machen. Das war mir zu, zu auf die Nose, also das war mir zu direkt irgendwie rein, da wir wollen jetzt unbedingt was für einen Umweltschutz tun, das ist ja jetzt gerade so das Thema überall, das muss jetzt hier rein und genau so wollen wir das im Film haben. Und dann stehen da ganz viele Leute und alle wissen, jetzt könnte der Hai kommen und ich bin ganz ehrlich, ich habe applaudiert, als es passiert ist, was natürlich passiert, das ist jetzt kein Spoiler, so ein Film, die wird gefressen. Und ich, ich bin aufgestanden von meinem Sofa und ich habe geklatscht, aber sowas von habe ich geklatscht. Ich habe mich gefreut. Wie ist dir das, also außer, dass die beiden schon sehr klischeehaft sind, so drumherum, dass diese Themen halt wirklich, ja plakativ teilweise, werden dir da richtig reingedrückt? Also ich finde das prinzipiell super sympathisch und auch super wichtig, dass das auch irgendwie in so, in Genrefilmen kann man ja immer auch politisches verhandeln, aber hier ist das so, also so unsympathisch und platt. Also inhaltlich würde ich da, glaube ich, wahrscheinlich den super vielen zustimmen, aber weil die so ätzend dargestellt werden, habe ich auch gedacht, ach ja, also ihr habt doch echt verdient, gefressen zu werden. Und dann verfehlt der Film irgendwie zumindest, glaube ich, was das angeht, bisschen das, was er machen will. Es sei denn, er möchte die Umweltbewegung als unsympathisch darstellen, dann hat der Film das geschafft. Ja, aber das Schlimme ist ja, also vom Thema her ist ja alles löblich, aber sie ist ja wirklich, sie geht ja für die ganze Zeit komplett stur über Leichen, wo du denkst, ja, aber wenn du das im Film positiv darstellst, das wolltest du schon beide Seiten, wenn sie jetzt sagt, ja, ich möchte zwar, dass die Menschen auch weiterleben, man muss doch auch auf das Tier achten, irgendwie sowas, aber sie ist ja ganz klar, erst das Tier und dann der Mensch. Also, ja, ich hatte da so ganz hart, muss ich sagen, militante Veganerin-Vibes in dem Moment und dachte mir so, oh Gott, hey, was macht ihr denn da mit dem Film? Es benehmen sich halt auch alle doof, ne, also abgesehen von Sophia und Adil, dem Polizisten, die einigermaßen in Ordnung handeln, alle anderen sind wirklich blöd, achten auf gar nichts und dann passieren halt immer wieder, wie es in so einem High-Horror-Film natürlich dann ist, es werden diverse Leute gefressen und ich habe mir immer gedacht, ja, selbst schuld, ne, also, das habe ich auch gedacht so, hm, ich habe mich jetzt nicht so mit euch mitgefühlt und ich habe gedacht, ja, dann passiert das halt, weil ihr seid ja ein bisschen dämlich. Das muss man leider so unterschreiben, ey, man kann ja, man kann vom High gefressen werden, wenn man auf dem Meer ist, aber wenn du schon eigentlich selbst in der Nähe vom Wasser irgendwo im Trocknen, oder was im Trocknen, aber auf jeden Fall gerettet irgendwo stehst, dann aber zu blöd bist und ins Wasser fällst und nicht reingeschuft wird, Leute, ihr habt dann selber Schuld. Seien wir mal ehrlich, also, es gibt auch Leute, die wollen gefressen werden, so einfach ist es. Junge, Junge, ey. Aber Highlight für mich war natürlich auch, das hätte ich nochmal nachgucken können, das war jetzt mein Fehler, habe ich nicht recherchiert. Gibt es vielleicht wirklich hier so Granaten und sowas in der Szenen? Also, das könnt ihr mir ja vorstellen. Oh, das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt einen historischen Faktencheck machen. Ja, also, ich meine, ich finde es irgendwie bemerkenswert, gegen Ende geht der Film ja, also, da macht er ein Szenario auf, was krass absurd ist und geht da wirklich, ja, all in und haut noch rein und haut noch drauf und das fand ich irgendwie bemerkenswert, aber die Umsetzung ist halt so doof, also, der sieht halt echt nicht gut aus, dieser Film, die Effekte von den Haien, also, wenn die sich langsam bewegen, dann geht das. Aber sobald die Haie sich schnell bewegen, sieht das echt billig aus und dann kommen da noch irgendwann Schüsse ins Wasser und man merkt, ui, da ist ganz, ganz viel CGI dabei, das nicht gut umgesetzt ist, weil der Film halt auch so hell ist. Also, man hätte ja irgendwie machen können, dann mach ich ihn dunkler, dann fallen diese miesen Effekte nicht auf, aber nö, die gehen halt, also, es ist irgendwie bemerkenswert kaltschnäuzig, aber halt in der Umsetzung nicht gut, oder? Ey, auf keinen Fall, obwohl anfangs dachte ich noch so, hm, wie gesagt, im Prolog, ach ja, sieht ja gar nicht so verkehrt aus, hab ich noch überlegt, haben die da vielleicht einfach Aufnahmen von echten Haien genommen und da wollte ich drauf achten, ob man mal sieht, dass die irgendwie nahen Leuten vorbeischwimmen oder irgendwie Schatten sind, hab ich aber auch nichts gesehen gehabt. Ja, wenn das so weitergeht, aber dann wird's ja wirklich schlimmer und schlimmer und in ein paar Szenen sieht man halt wirklich, dass es schlechtes CGI ist und da ist dann, wenn der Film sich so ernst nimmt, dann muss er auch im Bild abliefern und das macht er da halt null. Und ich bin auch ganz ehrlich, wir haben zum Ende, also, wir sind ja auch kein Spoiler, aber es gibt eine Situation, da schwimmt der Hai vorweg von den beiden Hauptfiguren und die sagen dann doch, weil sie was machen wollen, ja, wir schwimmen doch jetzt mal hinterher. Ja, ich dachte mir so, euch ist schon klar, du bist eine Hai-Expertin und der Typ ist jetzt auch nicht so doof die ganze Zeit, ihr seid nicht schneller als der Hai, der eh schon 20 Meter oder nicht mehr schon vorausgeschwommen ist, warum wollt ihr da jetzt hinterher schwimmen, ihr werdet den doch eh nicht überholen, müsst ihr was anderes machen. Dann passiert halt das Finale komplett alles, was ich noch ganz cool eigentlich finde von der Idee, was da dann abgeht, weil da ist eigentlich ordentlich noch, sieht natürlich wieder nicht cool aus, das ist dann das gleiche Problem. Aber, und das komplette Ende, ja, das ist halt, ja, wir werden wahrscheinlich im Wasser der Szene zwei kriegen und dann mal gucken, was da passiert und aber, ich sag mal, das wird jetzt kein Film, den ich mir jetzt nochmal zweites Mal anschauen muss. Wie ist es da bei dir? Nee, auf keinen Fall. Also, was ich dir im Film noch geben möchte, ich fand den Soundtrack tatsächlich ganz schön, weil der war, der hatte, der hat so eine Stimmung erzeugt, der war irgendwie atmosphärisch, der hat tatsächlich so ein bisschen so ein Unwohlsein erzeugt. Also, ich hab totale Panik im Wasser. Also, ich geh auch nicht im Meer schwimmen, weil ich denke, dann kommt so ein Hai oder kommt ein Tintenfisch und zieht mich runter. Also, eigentlich bin ich voll anfällig für solche Filme, aber ich hatte halt wirklich gar keine Angst bei diesem Film. Ähm, auch weil, nee, also, das hat nicht funktioniert, aber zumindest der Soundtrack, der hat mir da ganz gut gefallen. Aber es gab auch in den Action-Szenen gab's dann zum Teil so Szenen in Slow-Motion, wo ich gedacht, also, ich glaube, die sollten irgendwie cool sein. Aber ich fand die eher lächerlich. Ich kann schon mal sagen, Action in Slow-Motion geht nur bei Bad Boys und woanders lasst du es einfach weg. Nee, das ist, ah. Ja, der Film macht halt, von dieser ganzen Story, die ist ja schon so dumm und so übertrieben und, ne, du bist in Paris und jetzt hast du da dann Haie. Das wird auch einigermaßen, finde ich, erklärt, dass man sagen kann, okay, ich kaufe das jetzt einfach, ne, ist halt immer noch ein Horrorfilm, das kann man dann kaufen. Und wie du auch erwähnt hast, dann nimmt er sich deutlich zu ernst und wenn er mehr in dieses Trashige geht, dann würde man auch sagen, ach komm, die Effekte ist doch nichts, egal, ist lustig. Aber nee, ist halt leider nicht, weil, ich glaube, der zweite oder, ja, nach dem Prolog, der erste Tod, der passiert, da ist ein kleiner Hund vorher. Ich hätte so gehofft, dass mit dem Hund jetzt ordentlich was abgeht, aber die trauen sich halt dann auch irgendwie nicht richtig und, ach, schade. Ich hätte da wirklich viel mehr, weil meine Erwartungen waren relativ hoch und rausgekommen ist halt, dass, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Film ist auch so komisch blutleer, also es gibt schon irgendwie ein bisschen brutalere Szenen, aber das war auch nichts, wo ich gedacht habe, das ist mir, das fand ich unangenehm. Also es ist keine spaßige Gewalt, aber es ist auch keine fiese Gewalt. Also die war mir völlig egal, ich weiß gar nicht, ganz, also auch am Ende, wenn halt dieser Triathlon beginnt und reihenweise Leute sterben, da siehst du kaum Blut, wo ich denke, also das ist doch das. Wir wollen doch jetzt die Szenen in Rot sehen, in Blut überströmt, aber es hat voll gefehlt. Da war, da war nichts, also ich hätte auch, Leute, wir machen ganz kurz einen Spoiler-Part, zumindest drei Sätze jetzt, weil den will ich loswerden. Ab jetzt, ganz schlimm fand ich auch beim Finale, dass die Bürgermeisterin, die hätte ich gerne gesehen, wie die auseinandergepflückt worden wäre. Also das wird einem ja auch verwehrt, so richtig, das fand ich so schade. Das stimmt, der ist da überhaupt nicht, ja, nie konsequent und nicht irgendwie auf so einer, also ja stimmt, man möchte auf so einer niederen Ebene befriedigt werden und das macht der Film auch nicht. So, okay, Spoiler vorbei, so, ja, okay, dann hast du noch irgendwas zum Film, also sonst können wir wirklich zum Fazit kommen, weil viel mehr bietet der Film meiner Meinung nach auch gar nicht so. Ab zum Fazit. Dann lasse ich dir den Vortritt, hauen sie mal raus. Ja, ähm, ich bin sehr enttäuscht gewesen, ich hab von Xavier Lons viel erwartet, habe wenig bekommen, ich würde, glaube ich, mal sagen, das ist der schlechteste Film von ihm, den ich bis jetzt gesehen habe und dieser Titel, der Deutsche im Wasser dessen, der ist, glaube ich, so nicht sagen, wie dieser Film auch ist, also lieber lassen, da gibt es andere, ähm, ja, bessere oder, ich glaube, es gibt auch, es gibt natürlich diverse, doch, es gibt auch diverse schlechtere High-Filme, die aber zumindest unterhaltsamer sind, also Finger weg. Um die Finger zu behalten. Finger zu behalten, gut. Ja, ich kann mich da fast 100% anstehen, ich fand die, glaube ich, noch einen leichten Tucken dann noch unterhaltsamer, aber, ey, es gibt wirklich, es gibt wenig schlechtere High-Filme als diesen, er hat von seiner Story her, finde ich, viel Potenzial, die er aber komplett liegen lässt und dazu muss man auch sagen, er sieht nicht Bombe aus, ähm, es geht hin und wieder mal, fahr eine Bombe hoch, so in der Art, aber das ist der Film auf keinen Fall. Ja, einfach, äh, der Film sollte erstmal ganz lange abtauchen in meinem Sichtbereich, bevor ich mal wieder rewatche, also Leute, den müsst ihr nicht schauen, den müsst ihr wirklich nicht schauen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt bei uns in unserem Discord-Server vorbei schwimmen und tief abtauchen in Filmdiskussionen mit uns oder mit anderen Filmfans über diesen Film oder über ganz andere Filme. Das war richtig high-stark, naja, äh, ihr könnt aber auch, wo wir schon im Wasser sind, wahlweise natürlich auch auf, ähm, www.tele-stammtisch.de gehen, dort gibt's dann auch unsere ganzen Podcasts, hin und wieder ein paar Gewinnspiele, äh, dann natürlich auch eine Verlinkung zu unserem Discord, und, und gibt's natürlich auch sonst überall, wo es Likes gibt, Instagram, ach, ich zähl's nicht alles noch, überall, überall gibt's uns. Wir sind wie, wir sind wie Haie, wir vermehren uns miteinander selber und man kann uns überall finden und, ähm, ich hoffe, ihr habt alles Spaß gehabt, kommentiert den Scheiß, liked den Scheiß. Äh, äh, ich habe heute kein Nichts an Werbung, ich möchte mich erstmal schon mal bedanken bei Johannes, dass wir abgetaucht sind in dieses doch, äh, seichte Thema, würde man sagen, und überlasse dir das Schlusswort und mir hat's wieder Spaß gemacht. Ja, gleichfalls, geht mir ganz genauso, als Abschluss hab ich jetzt noch hier einen, ähm, ja, einen, einen Hai-Wortwitz, der ungefähr auf dem Niveau des Films ist. Wo macht der Hai in Deutschland besonders gern Urlaub? In der Lüneburger Heide. Scheiße. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.